stand by vielleicht sollte ich auch mal aufnehmen wie du bist am rasten am rasten k Huren Spammer mit der Rott stirbt doch danke ja genau das wird das Gameplay also nein ich ich ja so diese Map und jetzt reagiert man als dass du wieder nicht ah geil weißt was ich hasse das sieht alles noch in den TechShopack genau wirklich ich spiel mit dem gleiche äh ne ich spiel nicht mit dem gleichen ich hab's grad noch gewechselt wegen zu wenig FPS ja komm wieder man ey nein nein ich wechsle das jetzt hier mit dem Gameplay also das hast du nicht so Suspects ja lade halt noch länger nicht bitte raus dann hol ich mir mal das Hashtag so nice warte mal und dann hol ich mir das also Leute by the way ne ich use das hier ne ja edited by edited by edited by ne ich hab's you used what the fast ne hab ich nicht aber egal und du jetzt what ich sehe in deinem Aufhören was du gezeigt hast ne äh ja das war das Texture Pack das war edited by äh das soulflare default edit edit by vintage wenn ich sehe dass du ein einziges Mal what the fast suchst ne hey ich hasse das Zeug das klappt bei mir eh nicht hab ich schon mal probiert ja aha nein Spaß komm her du ja 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 komm her hm er will also meinen Ping austesten Joa hör auf man hm ich brauch mir gewisse ich Ping halt obwohl ich Autotext hab guck mal hier geht's ja endlich gut alles geht ich gebe dich nicht mehr Fehler also was hast du denn für ein Ping ich? ja ein 300er nice hab ich bemerkt du hast voll gelegt Mann Digga was ist das Autoklicker und vor der Aufhören und sagt er noch wie schlecht ich hab nen Hulk Ping ich hab ja auch 40 ms alter auf Timolia alter ja tu du gehst nicht mehr du gehst nicht mehr du gehst nicht mehr man hörst doch mal ein klicken alter was hast du oh da kommt er mit dem Strap ich wechsle jetzt meine Fack nein nein ey oh nein ey die Zorn Meinst du jetzt mich oder dein Bruder? Beides nice das ich weiß jetzt nur andere Maus ne das weißt du jetzt schon ne doch jetzt hast du sie mit einem rassieren Also unsere Rasieren Hi Manu. Ich rasier grad am Stück. Wie lang es ist, was sagt ihr noch? Héh. Hi, Manu. Ich rasier grad am Stück. Wie lang ist das richtig? Halt, dein scheiss Maul Komm mehr morn du Bienfi. Ich habe keinen characters. Ich habe Hi-Play. Komm mehr, stack mich. Komm mehr. Jetzt bin ich kalt, weil ich eine Minute lang nicht gezockt habe, Alter. Und ich soll nicht kalt sein, oder was? Meine Maus ist mega kalt, Alter. Oh, die DPI ist... Ich muss die DPI einstellen. Stopp, stopp, Friede, Friede, Friede. Auf dein Maus. Willst du mal meine DPI wissen? Was? 100. Oder 1.000, 1.000. Ich kann bei meiner Maus nicht mal das DPI sehen, Mann, so scheiße ist. Was soll nur 5 Euro Maus wählen? Meiner hat wenigstens LED-On kann leuchten. Was war das für Deutsch? Meiner hat LED-On kann leuchten, Arminar. Meine Maus und LED-On kann leuchten. Was ist das? Mehr, es wird ein Gameplay, Alter. Das wird 100% ein Gameplay. Verstehst du nicht? Game. Gameplay. So. Guck mal, so by the way. Der Gotti, ich sehe. Ja, guck mal, wir haben den No-Gruz abzuh... Ich hab'n Maul. Halt dein Maul, Alter. Was war das denn jetzt für'n Hit, Alter? Ich hab... Ich hab Markus. Nein! Nein! Scheiße, jetzt hab' ich mich... Hier, Naomi, hier, Naomi. Ja, sorry. Ah, nice. Halbes Herz. Der Junge hier. Der Junge hier, der regt auf. Jetzt meine Mutter hat mich gehört und sie war oben im Treppenhaus. Hast du schön gemacht, Mann. Wer, ich? Ja, du. Mama, du hast mich doch oben gehört. Das ist alles so wegen dem hier. Hallo. Anzeige ist aus. Du bist so'n Spaß, ne? Nein! Nein! Ich kann das überhaupt nicht, ey. Ich kann das überhaupt nicht. Sagt, der was Dreft, Alter. Weißt, ich hab' so'ne Störung, denn ich muss immer meinen Mund aufmachen, wenn ich schlage. Ich auch, deswegen nehm' ich's immer mit Fanskrieg auf. Der ist nicht so... So. Ja! Genau so, Alter. Ich schlack' mal so, wenn ich jitterne, ne? Guck mich an. Ja, warte, warte, warte. Wenn ich jitter, sieht das ungefähr so aus. Gotti, guck. Warte, so. Ja. Ich schlack' mal, guck' mal. Ich schlack' mal, guck' mal. Ich schlack' mal, guck' mal, ja. Blablabla! Er denkt, oh, oh, nee. Nee, schlag' mich. Schlag' mich. Oh, ja. Alter, ich werd' den Sieg reinschneiden, aber ich nehm' nur die Runde, die ich gewinne. Spaß. Ich hoffe, mein Banner ist der Scherz. Nach zwei Tagen, nicht nach zwei Stunden, Mann. Ich will ja scheiße. Scheiße. Ach, komm, man geht wieder geil. Nein. Bist du jetzt auf jetzt gegangen? Nein. Er ist einfach gegangen. Warte, ich hab' gewonnen, Alter. Ja, 13,5 bei mir, also 12 zu 4. Nice and nice. Das muss doch nicht gleich jeder wissen. Gotti, Mann. Was ist denn die Scheiße bei mir? Du mobst mich? Hm. Hm. Ich mobb dich gar nicht. Was hast'n du? Geht Spaß. Okay, wir sehen uns dann hier noch in der Backloss. Warum red' ich den so ähnlich mit Audio? Ich hab' das nicht hoch, ne? Glaub mir, ich lösche das jetzt. So, warte. Hey, wie ich kassiere gegen den? F12. Ich kassier' grad gegen den No-Hand, ne? Schön. So, ich geh' zu meinem Ort mal rein. Fuck. Löschen. Hä, was hat'n der für'n Ping, Mann, ne? Ne, da wird doch nicht kassiert. Ohne Stimme auf, ne? Da nimmt's so unten.